Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Stronghold Crusader 2. Das ist unsere kleine Burg, die ein bisschen noch bewacht ist, gegen einen Kalifen und zwei Richard von Löwenetz. Den wollte ich eigentlich als nächstes Blatt machen, ist mir beim letzten Mal nicht gelungen. Hier unten haben wir den anderen Kalif und hier haben wir den wahrscheinlich gefährlichsten Gegner, den letzten Richard. Meine Strategie ist jetzt einfach mal diese, dass ich mir erstmal wieder ein bisschen Holz besorge. Aus einem ganz einfachen Grund, ich möchte mich gerne wieder erweitern. Erweitern im Sinne von, ich brauche erstmal wieder Gold. Kurz, dass wir die Eise öffnen für euch. So, dann passt das auch wieder. So, da fallen mir wieder ganz viele Pfeile. Meine Aufgabe war es, genau, hier die Schleine wollte ich ja irgendwie bekommen. Genau, dafür musste ich ihn erledigen, damit ich die Oase komplett ausnutzen kann. Genau, das war mein nächster Plan. Vielleicht können wir auch dann die Schleine oder das Eisen hier benutzen, falls der mir nicht auf den Sack geht, da in der Kalif. Sonst muss ich da ein paar Soldaten hinschkellen. Das ist der Plan, an den ich Pfeile. Nun, das muss erstmal jetzt wieder alles funktionieren. Wir können ja noch knapp 150 Soldaten herschkellen. Da ich ja genug Holz habe, kann ich auch hier gleich nochmal eine Getreidefarben platzieren. Bisschen mehr Getreide, mehr Mehl-Säcke. Nahrung muss ja weiterhin funktionieren. Und Holz kriege ich ja jetzt auch wieder, das ist gut. Aber wie gesagt, der eine Richard, der muss noch fallen. Solange der nicht fällt, habe ich echte Probleme. Genau, die habe ich ja hier oben gesammelt, genau. Und zwar, es geht ja um den hier. Ich könnte auch versuchen, hier ein Haus anzubrennen. Eine Nachricht von Richard. In der Feuerballliste. Ja, für dich vielleicht, weil du dir die Nähe verlieren wirst. Ähm. Na, es bringt mir alles hier nichts. Holzschutzmenschenfall hat noch jemand erwähnt. Genau, ich brauche Reisen. Für meine Armbrüste. Was soll denn das jetzt wieder hier? Oha, der greift echt mich wieder an. Was hat der davon? Nicht viel. Wie weit kann ich meine Burg eigentlich noch ausbauen? Okay, bis hierhin. Also könnte ich hier quasi oben später noch erweitern. Oder auch hier unten, oder? Ja, hier unten könnte ich dann erweitern. Okay, das ist gut zu wissen. Ich muss mich schon mal ein bisschen ins Voraus planen. Waffen werden benötigt, Sire. Waffen werden mit nötigt, Sire. Weil hier haben wir uns ja am Anfang die Scheine geholt. Ah ja, die bekämpfen sich ja noch gegenseitig, stimmt. Das habe ich immer ganz vergessen. Dass die sich auch noch gegenseitig bekriegen. Das ganze Holz behalte ich mal. Für den Fall der Fälle. Ich weiß nicht, ich könnte noch eine Mühle noch mal kurz bauen. Aber da reden wir wieder vom Platz, ne? Genau. Das ist ja jetzt mein Problem, genau. Deswegen will ich ja hier ausbauen. Stimmt. Unser Getreidevorräte wachsen an, Sire. Opfen fahren will ich nicht. Käserei. Obstgarten. War eigentlich wurscht. Ich brauch schnell Nahrung. Weil nur durch Nahrung ruhig mir momentan meine Soldaten. Wie viel habe ich letztes Mal angegriffen? Ich glaube, mit knapp 30 habe ich angegriffen. Das war zu wenig. Für diese Burg hier. Na, mit 70 sollte ich da schon versuchen, reinzumarschieren. Also die Hälfte haben wir ungefähr. Geht in Schkellung. Waffen werden benötigt, Sire. Können wir mit einem Armbruch schützen und versuchen, noch mal was zu reißen? Der kommt schon wieder an, okay? Ich glaube, wirklich weit kommt der nicht. Hatte ich da nicht meinen Heiler oben? Los, heil mal ne Runde. Das ist ja auch das Schöne. Das ist ja auch das Schöne da dran. Das sind wir in die, äh, Schkeigen. Das andere ist ja nicht gerade so wichtig. Eine Nachricht von Richard. Legt euer Schwert an. Ich komme euch zu holen. Ja, dann komm mich mal holen, ey. Ganz ehrlich, da schaffst du eh nicht. Oh, da muss ich aufpassen. Bauern werden benötigt, Sire. Muss dein. Bauern werden benötigt. Das brauche ich auch noch Bauern, oder was? Rekruten werden benötigt, Sire. Den Obdail Madaka. Unsere Lebensmittelvorräte gehen zur Neige, mein Herr. Nein, die Schkeigen. Und die Produktion läuft wie am Fließband. Sprichwörtlich, wie am Fließband. Äh. Haben die da jetzt echt gerade... Der haut mit dem Treebock drauf. Und den sehen die nicht. Nee, die sehen... Das Ding nicht. Das ist ja das Ding, die ich sehen. Das war natürlich jetzt nicht vom Vorteil, dass wir das jetzt nicht gesehen haben. Das war der Grüne auch. Das war auch der Grüne. Das ist schlecht. Weil ich habe jetzt noch keine Schkein-Produktion. Dieses Bauwerk ist nicht unzugänglich. Du auch noch hoch. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Dr. Amrik. Richard, kommt und greifen an. Naja, lasst sie ruhig angreifen. Skört mich nicht. Alter, so viel Getreide, so wenig Mühen, die wirklich arbeiten. Und ohne Schutz war, bräuchte ich hier überhaupt nicht. Ob die Idee kommen, um mich auszubauen. 153. Was brennt hier? Ach, der Kalif. Vorante. Ach, das ist schön. Ich finde das so geil, dass die sich da gegenseitig bekriegen. Ich brauche auch manchmal noch Reisen. Ich vergesse das jedes Mal. Warum auch immer. Aber. Aber selbst der kommt, nimmt den langen Weg in Kauf. Ich habe auch kein Problem mit. Ich habe nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Nicht genügend Waren. Rekruten werden benötigt sein. Den Obdain Marder. Natürlich die Frage, wann greife ich den mal an? Der besten wäre eigentlich jetzt, ne? Mit 56 Soldaten. Bewegung! das ist mir egal wo der hingeht mit den jägern gerade da sind meine schwertkämpfer der war doch alles außerhalb der burg ich finde das auch riskant der gut da oben da kommt ja eh keiner hin da kann man es echt machen wenn ich komme kommt keiner sehr schön perfekter zeitpunkt eigentlich da sind momentan nur bogenschützen paar schwertkämpfer und das war es also nicht wirklich was gefährliches unsere geteidevorräte wachsen anzeigen wir werden angegriffen so so Prüft die Waffen! Los geht's! Muss die! Eine Nachricht von Richard. Lasst euch nicht unterkriegen! Wenn der jetzt nicht fällt, dann weiß ich auch nicht weiter. Eine Nachricht von Richard. Die Burg wird angegriffen! Wir müssen sie mit unserem Leben verteidigen! Ent die Armbrüste hoch! Unter! Geschlagen! Muss die! Machen wir nur Koffe nicht sicher werden! Räumt auf da oben! Ja, das reicht! Alter, die gehen alle schon runter, seht ihr das? Der macht nichts mehr, der hat keine Chance, der fällt! Alter, 52 habe ich noch! Ich habe diesmal gar nichts verloren, muss ich ernsthaft sagen! So, jetzt können wir uns um Scheine kümmern! Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben! Das gefiel mir, also da habe ich echt nicht viel verloren! Ach, wegen der Abzweigung dort, okay. So, die Heiler können sie um die Schwertkämpfer, kann ich die nämlich nochmal benutzen. Für den Kalib, alter. Der Kalib wird auch angenommen. Die haben auch überlebt, okay. So, wie gesagt, die müssen erstmal Scheine produzieren. Alter, stelle ich mal mein Getreide an, ey. Leckt mich am Arsch. Krasse Scheiße. So, der erste Scheine-Krug kommt immer noch nicht. Noch einbauen kann ich jetzt hier nicht. Also, drei sind hier das Limit gewesen. Sonst kann ich hier nicht wirklich... Das Eisen könnte ich mir noch holen, wenn der Kalib krepiert. Aber alles der Reihe nach. Boah, alter. Nicht genügend Waren. Am besten jetzt hier die Mauer wegreißen. Später. Ihr seid der größte Lord. Okay, da kommen die ersten Scheine-Lieferungen. Der Kalib... Die, wir kriegen sie, da habe ich kein Problem. Da kann ich mich mal um meine Wirtschaft hier kümmern. Ich liebe es doch, mich um meine Wirtschaft zu kümmern. Das glaubt ihr manchmal gar nicht. Oh, das ist so herrlich. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. So, holt mal Scheine ab. Scheine, ich brauche Scheine. Ich habe noch so eine große Oasenfläche, ey. Das ist brutal, was man hier eigentlich hat in der Mitte. Waffen werden benötigt, Sire. Achtung! Bemannt die Brüstung! Jetzt habe ich über 93. Das ist... Also, würde ich so nach der Mitte. winscheinig. Dann kommt doch mal, sch kommst... Das reicht nicht. Wir brauchen mehr Steine zu sein.